Okay, das heißt ich kann mich jetzt notfalls einmal heilen. Wie viele Arme hat die? Die Musik, man. Fuck, ich hab die Traps vergessen. Es ist doch immer derselbe Spot, ne? Die geht halt auch nicht weg, die blöde Trap. Du bist die Elo, fuck. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ist grad nicht so tragisch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du bist die echte, wa? Nee, Quatsch, du bist auch ne Elo. Ja. Okay, die andere ist wieder hinten. Ich seh sie. Beziehungsweise ich hab's gemerkt. Die, die die dicken Blitze schießt. Quasi die da. Komm schon. Einmal noch. Na ja. Okay, passt. Wie gesagt, ich wusste noch, dass sie eine der einfacheren ist. Zumindest sobald man weiß, dass sie, dass man oben dingsen kann. Abgebucht. Das ist mir noch alles. Hier war da auch noch Kram, ne? Nicht? Nope. Sagenhobene Soldatenseele. Sie sind dort oben? Achso. Ja. Es ist aber nett, dass Leute hier Tipps hinschreiben, wie man den Boss wirklich totkriegt. Sehr nett. Alles ist cool. Ich leb noch. Ich hab mich nicht einfach fallen gelassen. Willkommen. Sehr schön. Willkommen. Sehr schön. Und da ist nämlich der Keilstein. Die Sequenz erinnert dich überhaupt nicht an Dark Souls. will ich zurück in Nexus mit 12.000 sehen? Eigentlich schon. Gut. Das heißt, wir haben fertig. hier haben wir. Hier haben wir. Das ist 3-1. Hier haben wir noch die blöde Panzerspinne. Hier komme ich im Moment noch nicht weiter. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier Pest oder Giftresistenz brauche. Ich brauche auf jeden Fall eins von beiden. Und Stürme haben wir auch schon den ersten durch. Was mache ich jetzt? Wie viel kriege ich denn für 12.000 an Seelen? Ähm. Das ist so quatsch. Ich hab ja noch mehr an sich. Ähm. So the world might be mended. So the world might be mended. So the world might be mended. Ähm. Einen Stärker. Und dann hab ich noch einen Condition. Ähm. 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 Ist vielleicht jetzt der Typ hier drum freundlich? Was willst du? Ich hab keinen Sinn für... Jaja. Du bist immer noch unzufrieden, sexuell unhausgelastet, irgendwas ist mir schon klar. Der andere Typ jetzt vielleicht neue Miracles für mich? Oh. Fellow Di- Ne. Refugium und Seelentarnung. Wobei Refugium einfach viel zu teuer ist. Und ich hab zwei Wunder Slots. Ich weiß halt nicht mehr wie viel der nächste Slot kosten würde. Das ist auch nichts neues. Ähm. Wie gehen sie erst nach 3-1 und befreien den Mage? Ist wahrscheinlich das klügste was ich gerade machen kann. Ähm. Das ist noch so klügste aber. Klingt ziemlich legit für mich. Außerdem gibt es hier noch viel zu viele zu entdecken. Ich weiß auch nicht ob ich jetzt schon alles mitgenommen habe aber... Den Magier befreien sollte auf jeden Fall drin sein. Unfassbar ne? Ich kann sie nicht mit dem Schild schädigen. Schade. Wäre auch zu lustig gewesen. Wir müssen jetzt auch noch einer stehen direkt. Ja. Wo ist er? Moment das... War das Ding hier oder war es eine Etage tiefer? Okay das ist eine Etage tiefer. Weil das würde ich nämlich auch gerne... Ähm. Befreien. Nice. Magnifizant. Ich habe nie gedacht, dass ich hier rausgekommen bin. Mein Name ist Freik. Ich bin wie ein Sage. Ich dachte, dass meine magie mir einen Weg geben würde gegen diese Demons. Aber wie falsch war ich. Ich habe mich entfiebeld durch meine langem Imprison. Aber ich kann trotzdem move meine Leger. Und ich kann es zurück nach dem Nexus. Ich danke den Sternen, die ich ausgerufen habe, als ich es geschafft habe. Ich habe dir mein Leben. Nice. Ich bin entfiebeld, aber ich kann trotzdem move meine... Okay. So das ist halt der ist schon mal frei. Was war jetzt mit dem anderen? Äh. Dann gucken wir ob wir den auch einen Schlüssel haben. Wenn nicht bleibt er halt da. Das Ding ist, ich kann jetzt glaube ich die Türen hier aufmachen. Ja. Ich kann jetzt ganz viele Türen aufmachen. Ich glaube ich kann alle aufmachen. Ich bin mir nicht sicher. Ähm. Fakt ist aber, wo ist der Held mich schreier? Der Held mich schreier war hier auf der linken Seite hinten. Ne, 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 ne. Get fucking staggered. Dankeschön. Nervig. So. Please. Help me. Ja, ja. Ich habe keinen Schlüssel hierfür. Dann hast du wohl Pech gehabt, mein lieber Freund. Tschüss. I don't care. Du, 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 du. Und ja, es ist mir echt egal. Der kann das von mir aus deiner Zelle verrutten. Äh. Ich könnte mich aber hier noch ein bisschen umsehen. So zum Beispiel hier. Wo ich jetzt wahrscheinlich die Schlüssel für den Typen finde. Nur eine Hildenseele. Aha. Ich habe dich vorher schon gesehen, Arschloch. Ist hier noch einer? Ich habe das Gefühl, ich höre noch einen. Aha. So, das müsste dann der andere Weg sein, richtig? Beziehungsweise die andere Tür, die ich hätte öffnen können. Ah. Ja, komm, wenn ich jetzt hier rausgehe. Flup. Ja, alles klar. Alles klar. Alles klar. Dieses Gebibeln ist so nervig. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Untertitelung des ZDF, 2020